willkommen zusammen zu einer weiteren fahrt im train zum world 2 mit der baureihe 155 lokomotive 0 91 strich 2 wir stehen hier gerade in riesen es schneit und die fahnen richtung dresden das signal steht schon auf fahrt dann gehen wir mal in den führerstand rein und rüsten mal unsere lockern zunächst einmal stellen uns mal dieses display auf dunkel genauso wie das hier so wie wir stehen auf gehen mal hier zu dem schaltschrank machen mal das licht an so machen die sie ver an pzb ändern wir mal die zugart ich gehe mal in die unterste zugart ich bin mir nicht ganz sicher ob die mittlere zugart angemessen wäre pzb an so korridor licht wieder aus tür zu die stuhlhöhe würde ich auch ein wenig bisschen verstellen sehr gut so ja stromabnehmer ist schon bin genau da sehen wir es auch fahrrad spannung 15 kv haben wir auf jeden fall so fahrer bremsschlüssel ein die direkte bremse noch mal anziehen die zugbremse lösen wir schon mal dann fahrt richtungsfernent vorwärtsstellung so gehen wir mit dem zugkraft wahlschalter runter denn es schneit instrumenten beleuchtung kontroll lichter an fahrerpult beleuchtung instrumenten beleuchtung an leuchten melder funktionieren alle hervorragend das passt alles soweit so führerstandsheizung machen wir uns noch hier die heizung auf wir machen wir die 1 sehr schön dass das sogar ein sound hat instrumenten beleuchtung hier noch an kabin licht kann mir glaube ich wieder ausschalten sind unsere signallichter an nein sind sie nicht also spitzen signal rechts weiß und links na da links weiß sehr gut zugheizung aus kompressor automatisch kühlungslüfter aus können wir den auch auf ja machen wir traktion zu treffen belüftung trafo stromabniema trennschalter hallo so das passt dann soweit alles führerstand beleuchtung mit lassen wir bei der gedimmten die pzb einrichtung okay dann müssten wir soweit abfahrt bereit sein wenn alles passt bremse lösen und langsam leistung aufschalten machen weil die rollprobe sehr gut wir werden nicht langsamer also können wir fahren vorher noch den scheibenwischer an wie ging der noch mal an habe ich jetzt mit der taste v gemacht aber wo hier im führerstand war das dann noch gleich da scheibenwischer anscheinend 50 prozent passt glaube ich so dann langsam leistung hoch also unsere zugart v max ist damit 100 kmh wobei der zug glaube ich relativ schwer ist bleiben wir mal bei den 90 ich denke dass das sinnvoller so wir sind noch in der richtigen restriktiven im restriktiven pzb modus heißt also wir werden mal nicht schneller als 40 und fahren hier durch risa so genug fotos gemacht und wir haben hl1 hervorragend pzb hat sich beruhigt heißt also wir können auf die freigegebene geschwindigkeit hoch ich weiß nicht ob wir das licht aus oder anlassen sollen so 120 ab hier dann die man langsam mit den fahrstufen hoch so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja Strahlt ein bisschen sehr hell gerade, aber Und Wir wollten ja nämlich 90 fahren Denn nur weil die PZB uns 100 erlaubt, heißt das ja noch lange nicht, dass wir die 100 auch vom Zug ausfahren dürfen Und ich glaube, da wir einen beladenen, schweren, langen Güterzug haben, ist 90 vermutlich eher angemessen als Vmax Es gibt auf jeden Fall ein paar Leute in den Kommentaren, die schreiben da immer mal wieder was dazu Hier der TF NRW, glaube ich Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig in Erinnerung, der schreibt immer sehr, sehr hilfreiche Kommentare, da er selbst Triebfahrzeugführer ist Offensichtlich in Nordrhein-Westfalen Und da bin ich natürlich immer sehr, sehr dankbar dafür, wenn Da irgendwelche Hinweise dazu kommen, wie man vielleicht realistischer fahren kann Wenn ich mal irgendwelche Fragen habe Zum Beispiel hier diese Diese Zwerg-Signale, da hatte ich nicht Wusste ich letztens nicht ganz, wie die heißen Gleissperr-Signal Wurde mir dann in den Kommentaren gesagt Und durch solche Sachen lernt man ja auch immer dazu Also danke auf jeden Fall für all die Leute, die in den Kommentaren da immer wieder Einige Korrekturen, Berichtigungen, weitere Informationen mit einbringen Da bin ich immer sehr, sehr dankbar dafür Und lese mir das immer sehr gerne durch 155 hat sich auch mal jemand gewünscht, ist doch schon länger her Aber ich kam da einfach bisher nicht dazu, die 155 mal zu fahren Aber dachte mir, jetzt kann ich das doch mal machen Oh, es geht ein bisschen bergauf Kein Wunder, dass wir gerade nicht schneller werden Das, was wir hier Cooper hoch der 50 folgt dann hier auch schön wie hier die straße rechts ausgeleuchtet ist also dresden riese an den abendstunden ist einfach ein absoluter genuss da vorne das chemiewerk also wirklich wahnsinn gut ab ich kann es nicht oft genug sagen die strecke ist einfach schön da kann mir keiner was sagen dass die strecke wie schlecht ist dass die strecke nicht gut gemacht ist das ist das halte ich für stoss klar natürlich kann man dieser meinung sein aber meiner meinung nach wäre das mehr als nur unbegründet denn wenn man das hier nicht gut findet dann frage ich mich was ist jemals gut also schaut euch hier um es ist einfach stimmig man fühlt es so richtig so diese kalten abendstunden gemütlich im güterzug unterwegs in der baureihe 155 draußen ist es jetzt auch mittlerweile ziemlich kalt geworden gut es schneit zwar zum glück noch nicht aber das kommt ja vielleicht auch noch irgendwann da kann man doch mal entspannt zurücklehnen und die zugfahrt genießen na ich glaube ich glaube wir lassen einfach die lichter aus das ist schöner so es geht hier immer noch ordentlich bergauf ja irgendwann kriegt ja auch die 155 noch lzb nachgerüstet ziemlich sicher noch hat sie die lzb leider nicht bekommen aber ich denke sobald dann das update von der preserft crew auskommt für rhein-rohr-osten für die ja die 155 entwickelt wurde für prosig nord für welche strecke wurde die 155 entwickelt rhein-rohr-osten oder rosig nord ich weiß es nicht auf jeden fall wenn einer dieser beiden strecken dann irgendwann das update aus der preserft collection von der crew enthält erhält also praktisch so eine art facelift dann hoffe ich auch sehr dass die 155 ebenfalls da noch praktisch das facelift mit dazu bekommt und da vielleicht ein bisschen die vor allem die lzb nachgerüstet wird die sounds der 155 ein bisschen vielleicht noch verbessert werden wobei die eigentlich auch ganz okay sind muss ich sagen die physikalischen eigenschaften 155 sind auch ein bisschen eigenwillig also wenn man hier leistung aufschaltet dann selbst mit einem schweren güterzug da geht das ding ab wie die luci da kannst du die kannst du dann nicht mehr einfangen die 155 so schnell und vielleicht werden da ja noch die physikalischen eigenschaften des zuges angepasst beziehungsweise von der lock schön wirklich der mond hier drauf strahlt wieso flutlicht hallo sehr schön ich glaube ich habe noch 155 noch nie in realität gesehen das wäre auf jeden fall ganz cool mal die 155 auch mal in echt sehen zu können so jetzt werden wir schneller weil wir den berg wieder runterfahren daher nehme ich mal ein ganz kleines bisschen an bremskraft das war schon zu viel zum lassen weiter rollen es geht ja immer noch berg runter und jetzt geht es wieder rauf ich merke richtig wird viel zu lange nicht mehr die 155 gefahren weil es einfach so viel spaß macht hier drin zu sitzen es ist super angenehm und es ist einfach was anderes als die trucks locks die ja auch super toll sind aber wenn man ständig in der 185 unter der 187 und so was unterwegs ist dann ist es doch noch mal was ganz anderes man jetzt plötzlich in so einer altbaulock drin sitzt von denen ich sowieso hoffe dass wir noch viel mehr davon bekommen also ganz ehrlich wir haben meiner meinung nach überhang an modernen fahrzeugen im vergleich zu alten fahrzeugen zumindest was den deutschsprachigen raum angeht wir haben ziemlich viele moderne locks aber nur ein zwei richtig schöne oldschool teile wobei eigentlich nur die 155 na gut die 143 und die 112 auch es ist auch schon eher oldschool und das war es eigentlich so was rollmaterial angeht hat das tendenziell eher historisch ist als modern man kann natürlich auch die g442 aus rosa mit dazu zählen aber das ist weil das halt eben auch der deutschsprachigen raum ist aber das ist für mich nicht das was ich jetzt hier unter fassen würde mir geht es dann mehr so um die solche einheits locks die einheitsführer stände und sowas ich nehme mal die leistung wieder raus weil es wieder runter geht also die einheitsführer stände sprich 110 oder 111 ist glaube ich auch so ein einheitsführer stand oder oder nicht mehr aber trotzdem auch nur 111 würde ich mehr als nur begrüßen würde auch super passen zum tsw so zusammen mit mit dostos ist sie ja bis vor kurzem in nrw auf jeden fall unterwegs gewesen auf dem re 5 meine ich und in anderen bundesländern trifft man die 111 nach wie vor noch im regulären zugdienst an wenn auch nicht mehr so oft aber ich glaube auf jeden fall sie ist noch da so aber ja sondern 111 mit mit n wagen mit nahverkehrswagen mit silberlingen ei 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 das wäre ja mal ein absoluter traum dann noch am besten mit dem steuerwagen mit dem wittenberger da würde ich nicht nein zu sagen da würde ich schon schon echt viel geld für sowas bezahlen oder eine 141 der knallfrosch war doch die 141 oder das ist die 140 die die 141 ist der knallfrosch ja das wäre auch was von der 103 will ich gar nicht erst anfangen zu träumen ich glaube da müssen noch jahre warten bis eine so komplexe lok wie die 103 erscheinen wird so was haben wir da ankündigung auf 120 ja 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 jetzt Gut, das ganze historische Rollmaterial ist natürlich eine tolle Sache, aber ich freue mich auch genauso sehr auf die Foslo G6, die demnächst dann irgendwann erscheinen wird. Ich denke mal, Ende November könnte vielleicht noch hinkommen. Spätestens im Dezember wird sie dann auf jeden Fall erscheinen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Offizielle Darfung gibt es zwar noch nicht, aber sie ist auch wirklich nicht mehr in allzu weiter Ferne. Auf die freue ich mich. Auf die Baureihe 420 freue ich mich tatsächlich sogar noch viel mehr. Die von Trains in Germany entwickelt wird und die Baureihe 232. Ei, ei, ei. Wenn wir dann eine Ludmilla haben im Spiel. Puh, das wird ein Spaß. Das wird richtig viel Spaß machen. Sofern die auch nur ansatzweise so gut umgesetzt ist wie im Trainsimulator, wird die Ludmilla der Wahnsinn werden. Das wird richtig viel Spaß machen. So, das Signal ist weiterhin grün. Ich hoffe, das bleibt auch dabei, dass wir schön eine grüne Welle bekommen und gut durchfahren können. Und da kommt uns eine 185 entgegen. Ach, das macht wahnsinnig viel Spaß. Also da werde ich richtig happy. So gerade 155 hier im Schnee in Ostdeutschland. Das ist kalt, aber wir sitzen in unserem warmen Führerstand. Was will man mehr? Wir sind ein wenig zu schnell für meine Begriffe. Ja, ja, ja. Sie fahren. Funktionieren eigentlich die Anzeigen hier? Also hier, Bremszylinder haben wir anscheinend 0 Bar. 0 Bar. Hauptluftleitung 5,2, 5,3. Hauptluftbehälter ein bisschen mehr als 9 Bar. So, wenn ich jetzt bremse, ist die Frage, ob sich da jetzt irgendwas an den Anzeigen verändert. Probieren wir es mal aus. Tatsache, ja. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So, gleich spiel hier links. Was haben wir denn hier? Also hier haben wir das Oberstrom. Den Oberstrom. Und hier haben wir dann die Ampere-Anzeige, oder? Also Fahrradradspannung. Und hier haben wir Oberstrom, genau, in der Ampere. Oh, hallo. So, wir haben jetzt gerade gar keine Leistung aufgeschalten. Dann schalten wir jetzt mal ein bisschen Leistung auf. Nee, schade. Da ändert sich leider nichts. Okay. Okay. Was vielleicht auch ganz cool wäre bei so einem Update, hier scheint praktisch so ein bisschen das Licht durch, als sei hier keine Absperrung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie realistisch ist und ich da vielleicht irgendwas falsch verstehe. Aber meiner Meinung nach wäre es schöner, wenn hier dieser Streifen Licht nicht da wäre. Aber, ja, gleiches gilt auch für hier. Aber, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch realistisch. So, Dresden Mitte noch 14 Kilometer. So, und wir müssen bremsen. Hä? Hä? Warum hat das Signal geblinkt bei der Kennziffer 13? Ich dachte, das blinkt nur bei Geschwindigkeiten weniger 100. Daher dachte ich, okay, da kommt jetzt eine Beeinflussung. Aber, gut, entweder habe ich jetzt was falsch verstanden. Oder das ist jetzt falsch implementiert gewesen im Spiel. Ich weiß es nicht. Weiß es jemand? In den Kommentaren bitte einmal reinschreiben. Da würde ich mich sehr darum freuen. So, das R steht für Radebeul. So, 100. 100. Ja, ich weiß, das hätte nicht bestätigt werden müssen. Ich habe es jetzt aber mal trotzdem gemacht. Was? Ja, ich weiß, das ist über 10 bis 12 bis 13. Also, installed die Musik. Sie sind halt aufvehcemos. kleine parallel fahrt habe ich schon gefragt wussten hier warum ist das hier so laut das war der kollege in der 185 von mace der hat uns hier mal durchgelassen bzw wir haben wohl vorfahrt mal in leihentermen gesprochen in leihenterminologie nicht in leihentermen bei term könnte man vielleicht in dem fall sogar auch sagen sei es drum dann kommt dresden immer näher müssen das klingt für eine bedrohung gut bei meinem fahrstil kann es durchaus eine drohung sein wer weiß macht nun weniger als zehn kilometer habt ihr irgendwelche wünsche irgendeinen bestimmten zug auf einer bestimmten strecke falls ja gerne in die kommentare reinschreiben die ich mir natürlich selbstredend durchlesen werde und mir dann überlegen kann ob ich mal vielleicht aus irgendeinem dieser kommentarvorschläge ein video machen kann also wenn ihr da irgendwelche vorschläge habt welchen zug immer wieder gerne sehen würde es gerne einfach in die kommentare reinschreiben da freue ich mich auf jeden fall sehr darum und wert dann gucken dass ich vielleicht den einen oder anderen vorschlag auch dann in die tat umsetze vorzugsweise natürlich deutscher sprachraum aber ein paar englische strecken habe ich auch die russia strecken habe ich zum beispiel und rosa natürlich aha das signal da vorne ist grün ach so weil dann zug steht ich dachte vielleicht werden wir gleich fliegend überholt aber dass die erst eins nach bad schandau mit dem kollegen genau 143 das ist echt ärgerlich dass hier die ampere anzeige nicht funktioniert schade dann hätte ich nämlich noch eine weitere anzeige die ich einfach ignorieren kann mal gucken vielleicht überholt uns gleich die 146 das war eine 185 in einem gemischten güterzug das war eine 175 vor dem Die Phoslogie 6 wird selbstverständlich auch vorgestellt, sobald sie dann draußen ist. Spätestens am Tag nach Veröffentlichung sollte es dann auch von mir ein Video dazu hier geben. Auf die freue ich mich extremst. Und auf die Taranta-Rampe, Baureihe 612. Ich persönlich bin ja nicht so ein ganz so großer Diesel-Fan insgesamt. Aber die 612 ist schon echt cooler Dieseltriebwagen. Auch noch etwas älter, wenn man es so möchte. Nicht gerade das Modernste von Modernen. Und gerade deshalb vielleicht für mich noch ein bisschen interessanter als beispielsweise so ein D-Zero oder so. Die ja auch sehr, sehr cool sind, gar keine Frage. Aber für mich persönlich ist, glaube ich, die 612 der Dieseltriebwagen, bei dem mich das meiste Interesse packt. Gut, die ganz alten Diesel-Triebwagen wären natürlich auch cool. Hier 600, ähm... Ah, ich weiß leider nicht mehr die Baureihenbezeichnungen da von den Dingern. 600. Ne, ich würde es auch nicht raten. Ähm... Ja, also noch ein bisschen älter ist tendenziell für mich sowieso immer besser. Aber so eine 612, die ja eine Neigetechnik hat... Da ist man schon gespannt. Mehr als nur gespannt. So, noch 3 Kilometer. Okay, dann sind wir in Dresden Mitte und müssen dann aber noch ein bisschen weiterfahren. Und dann... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, da war kein PZB-Magnet. Okay, da war kein PZB-Magnet. Okay, da war kein PZB-Magnet. So, dann fahren wir einmal hier an Dresden-Neustadt vorbei. Interessant, dass auf dem Bahnsteig so viel Schnee schlägt. Das hat man vergessen. Ach, der Blick. Sehr schön. Allein dafür lohnt es sich. Ja, hier wird es immer ein bisschen ruckelig in der Gegend. Aber gut, okay. Dresden-Hauptbahnhof ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein allzu kleiner Bahnhof. Hier liegen nicht zu wenig Schienen. So, Ankündigung auf 60. Da vorne. So, 55 blinken. Also überschreiten wir die auch nicht. Nichts. Nichts. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so die 25 sind unterschritten eine ganze fahrt ohne zwangsbremsung an sind und dann wollen wir langsam auf unser signal zu ein bisschen sehr langsam reingefahren aber vorsicht ist ja bekanntermaßen besser als gleitsicht ein kleines bisschen leistung können wir vielleicht auch dazu geben so das reicht dann auch so 500 herz magnet ist an so 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 ich danke euch recht herzlich fürs zusehen ich hoffe dass ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seid macht es gut tschüss und bis zum nächsten mal so 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 so